Ich werde dich umdrehen, bis ich zufrieden bin. Ich werde es enden. Umso besser. Ich habe einen Plan. Zunächst einmal... Tankposition. Du wechselst mal bitte mit Peach hier aus. Wir brauchen jetzt Power. Oder? Ja. Ich war auch immer fasziniert. Ich werde das mit einem Schuss enden. Nicht sonderlich hoches. Genau wie Neppgir. Interessant. Zeit, um es anzunehmen. Okay, ich werde gehen. Okay, ich werde mich umdrehen. Es ist mein Turnier. Alles wird verletzt. Keine Arbeit. Das ist nicht sinnvoll. Das ist nicht sinnvoll. So, du hast nämlich ein paar neue Attacken und die würde ich mir nämlich gerne mal ansehen. Heartbreak Kick. Awesome. Wollen wir es mit Uni beenden? Beenden wir es mit Unis, ähm... Obwohl? Ich kann noch mal eben was anderes zeigen. Und zwar hat sie einen netten kleinen Gimmick. Wo, wo du siehst? Kein Gehör. Du bist in meiner Rage. Target confirmed. Target set. My time is over. Hit him. Ich habe viel mehr zu stecken, als du. Ich fühle mich jetzt stärker. Ich fühle mich jetzt ein Jahr seit der Bälle gegen R4. Okay. Die Explosion war contained at the price of Celestia's Demise. Well, es ist nicht so, dass ich Celestia gesagt habe, aber ich glaube, dass nicht zu gehen ist, dass nicht zu gehen ist, dass es ein Proof in sich ist. As für Neptun und R4, ich konnte nicht finden, dass sie weder. Was? The other goddesses went back to Kampa's room to wait for Neptun's return. But one by one, the goddesses returned to their respective lands. Despite the damage to the lands, slowly but surely, things headed to recovery. Ja, bitte. Mal gucken, wie es denn jetzt so geht. Ein Jahr ist vergangen. Okay. Lady Noir, this is the report on the contamination. Thank you. Let's see. It looks like the results are faring well. Yes. As the graph shows, the emissions have gone down quite a bit. Die Emissionen sind runtergegangen, also die Verschmutzung. Cool. Very good. Now that's my last station. Noir, nice to see you again. Histoire? Nice to see you too. Are you here alone? Yes. I came to see how you were doing. But first, wasn't that Ganache? Why is he in the Basilicom? Oh, him? After his image of Blonde was obliterated, he came here. Uh, okay. I have no reason to follow Lady Blonde anymore. Now I serve Lady Noir. But, Noir? Are you sure that's fine? He did cause trouble to last station. I know. Not to be like Blonde, but I wanted to beat him senseless. But he showed earnest repentance from his heart. How can I not forgive him? Truth be told, since his arrival, things have gotten better here too. I am grateful for your words, my lady. So, in short, your soft is butter too. Heißt also, Ganache ist jetzt ein good guy und hilft dabei, die Emissionen zu reduzieren? Guter Junge. Das heißt, ich muss dir nicht noch den Arsch aufreißen. Do you think so? I'm the all-seeing Tome. Trust me. You're a kind goddess. I'm back. Wait, Histoire? Wow, it's been a while. It really has been. How has everything been, Uni? Good. I just came back from helping Sister with the shopping. You're back a lot earlier than usual. I've grown too, so this is easy for me to do now. Right. And just after you made a blender yesterday. Uh, um, that wasn't a blender. It was just, uh... You don't have to feel bad about it. But, uh, it's not like I was able to do everything perfect from the beginning, too. You still have a lot of room to grow. Take it step by step. So, uh, you can rely a bit more on me. Got it? Aww. Okay. I'm glad to see both of you getting along. It looks like I need to get going now. Already? Be careful then. You're pretty small, you know? See you! Lady Wirt, come out of there. How many days have you been in there? Hier hat sich scheinbar nichts verändert. Sehr gut. I'm still tired from the battle. I need another day of rest. What? Ein Jahr? You said that yesterday, too. Uh, Wirt? Maybe you should come out and... work. Yvouar is more than sufficient to handle the work. Well, that's not really the point. Emergency. Emergency. Enemies approaching Leanbox. War das nicht Mages? An emergency quest. Lan Lan, get ready. Um, um, Lan Lan wants to go to sleep. It's only been three days without sleep. A true gamer can last a week. Oh. Someone really has to help Wirt out. Hm? That's... Lady Wirt does not let me enter her room anymore. But why? Naja, sie is ne Lady... well... Lady Wirt may be a goddess, but she is still quite young in the soul. Yeah, even we are not allowed in. Our Lady must be very shy. Nein, bei euch beiden is es einfach nur Prinzip. In your case, I believe there is a different reason. Genau. Soxie and me. Lady Blonde! Let's have a snowball fight! No! Lady Blonde is going to make a snowman with me! Don't fight now. I'll play with everyone. So take turns, okay? Blonde! It's been a while. But... what are you doing out here? I'm playing with the kids. How unusual. I was expecting you to be reading or writing a book. I was. For five days straight. Then Financier cut the power to my room. Financier hat ihr den Strom abgestellt nach fünf Tagen durchschreiben an ihrer Novel. Ah, I see. So, where is Financier now? She should be back soon. Lady Blonde! I brought his tea and sweets. Speaking of the devil. Aber immerhin hat der Teufel in diesem Fall eine schöne Ladung dabei. Oh, Miss Estuar. You're here. Woher kennt Financier Estuar? Hat sie sie im Nachhinein kennengelernt? Yes. I just came by to see everyone. Oh, may I serve you a cup of tea then? It will warm you up. I'd love to. But I do need to go elsewhere shortly. So I'm fine. Okay, scheinbar, weil Rom und Ram nicht dabei waren. Oh, it's Esti! Also, es hat wirklich Einfluss auf das Ending, ob man die Sisters hat oder nicht. Das ist interessant. Ich überlege gerade, wie ich das noch ändern kann. Ich bin ja echt verleitet, New Game Plus auszuprobieren. Aber ob ich das in der LP mache, weiß ich nicht. Andererseits, man kann sich die Endings... Wenn ihr ein anderes Ending sehen wollt mit allen Sisters, gibt's das garantiert irgendwo anders auf YouTube. Könnt ihr euch ja angucken. Ich hab's in diesem Place, wo halt nicht geschafft, alle Sisters zu bekommen. Es geht auch nicht beim ersten Mal. Von daher... Vielleicht hat hier jemand anders Rom und Ram statt Nepgear oder Uni genommen und... Dann könnt ihr euch da das angucken. Es ist ja sowieso eigentlich nur... Es ist ja nicht wichtig für die Story oder so, von daher. Ja. Why, hello there, Nepgear. How is work? Everyone at the Basilicom helps me a lot, but I'm not as good as Sis. If memory serves right, Neptune plays around a lot during work. Das stimmt allerdings. But you try your best every day, so in my book, you are one step ahead. Haha, I guess Sis was always like that. I know it may be hard, but do your best. I will be rooting for you. Thank you very much. I'll do my best to be a great goddess. Speaking of, did I catch you in the middle of work? Yes. I have a ton of work that will take all night. That must be tough. Don't overdo yourself. Yes. Thank you very much. Hello there, Kampa. It's Isti! Welcome! Hmm. It looks like you have a lunchbox there. Are you going out? Yes. I'm going to the park for a picnic with Iffy. You both are great friends as usual. Aw, that's sweet. Sorry for the wait, Kampa. Hey, it's Istuar. Why, hello there, I.F. It has been a while. Since you're here, would you like to come with us too? That's a great idea. Food tastes better with company, after all. Are you sure I can come? Of course. It's a bit early, but let's go. I'm falling! What is the matter, Kampa? I thought I just heard Nep-Nep's voice. It must be something else. It must be something else. Yes. Neptune is... What? Huh? Huh? What? Tada! Hey, y'all. I'm back, like promised. I'm back, like promised. Haha, why? Why? Uh, is that you, Nep-Nep? Bingo! Your friendly neighborhood Nep-Nep is back in action. So funktioniert das nicht, Nep, aber freu mich, dass du wieder da bist. Ah! Nep-Nep, I'm so happy to see you! Awww! Now, now there, Kampa. That crybaby persona is still with ya, it seems. If you were okay, why didn't you call? Do you know how worried we were? Whoops, sorry. My carrier doesn't cover Celestia, so I couldn't call. So why did you fall from the skies? That's right. Didn't Celestia disappear with the explosion? Hey, you're making it sound like I died or something. The only thing that broke was the gate. See? I'm all okay, right? Is that why you came from the skies? Yeah, I was flying in HDD, but then I got hungry along the way down. And down you came with your HDD gone, right? Bingo again! Give Iffy a prize. Well, I sure didn't expect your return as a dynamic entry through the roof. Haha, ich allerdings auch nicht. Ah, the repair costs. Arme Kampa, was hat dein Raum alle schon mitmachen müssen? Oh yeah, I wanted to introduce someone. What? Introduce? Yep, she came with me from Celestia. Wait, is it... Oh, here she comes now. Uh, I'm sorry, but did a goddess land here by any chance? W-what? Who are you? Y-you're... It has been a while, hasn't it, Istor? You were saved then, R4? What does this... Huh? Th-this is R4? Well, now that you mention it, she does look familiar. Different, right? I was like, who is this, when I first met her too? Thank goodness. I'm so glad you are safe. I have to apologize for all the wrongdoings I have done thus far, Istor. Oh my god, could you, could you a full model irgendwie zeigen? Weil, holy shit, seht euch, seht euch das mal an. Sie hat gar keine Ähnlichkeit mehr. I can't believe you were able to save R4. Hey, I promised, didn't I? I wasn't going to come back without R4. Well, true, but to see it in front of my eyes is amazing. Even if you returned, I assumed it would only be you, Nep-Nep. Hey there, you two. That's rude. I was super serious back then. You guys had that aura of trust around you too. Ah, well, that was just going with the flow of the atmosphere. Iffy, you meanie. Demon. Ark. Devil. Jetzt geht das wieder los. Ach, schön. So, sorry there. Here, take Kompas homemade pudding. It's good. Oh my god, ich glaube, ein nach einem Jahr wird dieser Pudding nicht lange überleben. You have pudding? Of course. As attached to pudding as usual, it seems. Well, duh. Kompas pudding is the greatest in the world. Let me go get some pudding right now. I'll stay put. What are you going to do now, Arfor? Oh my goodness. Kann ich die Textbox ausblenden irgendwie? Äh, Moment mal. So nicht. Genau so. Seht euch das an! Das soll Arfor sein? Arfor? Oh my god. Oh my god. Holy shit. Ich überlege gerade, ob ich diese Form von Arfor jemals gesehen habe. Aber ich kann mich nicht erinnern. Nö. Oh my goodness. She's beautiful. Despite losing control to power, it is my own fault for the wrongs committed. I'll repay all that I have done until the very end of my life. Naja, aber du, hast du noch göttliche Kräfte, wen ist es ansatzweise? Weil dann ist dein Leben ziemlich lang. That will be a difficult path to follow. I understand. Let me help you. Thank you. It seems I only give you burden. Nack, nack. Here's your pudding. Oh my goodness. Oh right. This hits the spot. Iffy? What's the matter, Kampa? Um. I saw a stewardess. Oh, that's right. Nip? Hm? What is it? You want a scoop? No. I just wanted to say something before I forget. Ready? Welcome home! Oh my god. Ist das Bild nicht knuffig? Oh my fucking goodness. Da kann man doch nur schmelzen, oder? I'm home! Schön. The Puck? The Puck? I'm home! Oh my god. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Not wirklich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, ihr seid alle wieder da, cool Nochmal, wie groß ist dieser Raum? Untertitelung des ZDF, 2020 Das hatten wir ja schon mal, man muss es einfach nur rückwärts lesen Okay, okay, wir machen das, okay? I'll train myself until then I didn't know what to do when I got here, but I'm happy we met. I know, I'm going to put this adventure in my book. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Jetzt, wer ist da? Du! Herzlichen Glückwunsch! Ich hatte keine Rolle, aber ich hoffe, dass du wieder spielen möchtest! Natürlich, wir sehen uns im nächsten Teil! Es ist ein anderes Spiel, in dem ich der Hauptmann bin! Ich hoffe, dass ich dich da auch sehen kann! Du hast gut gemacht, das Spiel zu Ende! Ich bemerke mich, das ist noch nicht vorbei! Ich weiß... Das ist portabel. Also spiel das Spiel wieder, innen oder innen, hörst du? Hier? Ich meine, du hältst mich, du weißt. Ich mag nicht, wo das geht, Uni. Warum würde ich das sagen? Es ist alles deine Schuld! Hmph! Zündere in der Familie. Congratulations! Ich freue mich, dich wieder zu sehen, hier in der Wii! Ja, wir haben leider rum und rum nicht. Das fehlt doch ein bisschen. Hey! Don't forget me in Last Station! Congrats on beating the game! Leanbox and the Basilicum praise you for your victory! This is truly the ending we've been waiting for, older brother! Yes, indeed! Now is the time! All hail Lady Vert! All hail the player! Can't anyone give normal thanks? Thank you for playing! Danke, Garnache! So einfach ist es! You, as a human, have brought forth this result! Congratulations! Okay, heiße Zingsch, Zingsch, Zinge, whatever! Lan Lan says thank you! Das war auch kurz und knapp! Woah! What's with all the characters? They all came out at once! Hey, Nep! It's your turn now! So end this nice and clean, you hear? Nep, Nep! I'm rooting for you! Okay, let the main character finish this! An ultra mega quantum pudding! Omega Eternal, thanks to you for playing! Our adventures are over for now, but it ain't over yet, so keep on playing! Yes! Well, I'll see you again in game! It's a promise! Buh-bye! Bye! True ending! Yes! Wir haben das... Save data? Oh! Yeah, of course! Ähm, ich save... Ich save... Ich save hier... So! Alles klar! Das war's! Hyperdimension Neptunia Rebirth 1 ist durch! Ich... Eine kurze Frage hätte ich jetzt! Wenn wir jetzt hier starten, wird dann ein neues... Ending... Also ein neues Spiel beginnen! Werden wir ausprobieren! Ich sage schon mal... Danke, dass ihr... Ich sage auch mal Danke! Ja, jetzt nach all den Charakteren bin ich dran, Danke zu sagen! Fürs Zugucken, für... Für einfach alles! Echt jetzt! Ich meine es so! Danke! Wirklich! Und wir sehen uns im nächsten Projekt auf... Äh... Was natürlich Hyperdimension Neptunia Rebirth 2 sein wird! Und ja! Freut euch schon mal drauf! Ich weiß nicht, ob ich zum ersten Teil noch irgendwas mache! Vielleicht noch so etwas wie alle Attacken oder so... Wenn überhaupt! Aber ich glaube... Das Projekt ist damit erstmal... Das heißt erstmal, das Projekt ist durch! So! Und wir gucken jetzt erstmal, was passiert, wenn man... Nachdem man das Spiel durchgespielt hat, den alten Spielestand lädt! Okay... 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 Das ist also wirklich einfach nur ein neues Game! Eine Sache können wir noch eben ausprobieren! Und zwar wenn man ganz schnell durchskippt! Ob man mit denselben Items startet! Oder ob man nochmal wirklich von ganz neu beginnt! Und mich interessiert auch der Schwierigkeitsgrad! Ist das jetzt hier ein New Game Plus oder... Und wir scrollen mal eben ganz schnell durch! Wir skippen mal eben alles und... Und ja! So sehr ich diese Szene auch liebe, müssen wir sie leider auch überspringen! Genauso wie das hier! Zack, 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 zack! Alles... Okay! Intro! Ja! Find ich gut! Blablablabla! Sorry, Neptune! Aber... Ich bin nur hier, um etwas herauszufinden! So, ich dachte ich muss schon wieder drücken! So... So, Fanservice! Wow! So viel Text hatten wir in der ersten Folge! So! Dann wollen wir nochmal eben gucken! Oh, die ganzen... Ähm... Uh, die ganzen, äh... Plan Dungeons erscheinen hier gerade! Kann ich das alles skippen? Nein, kann ich nicht! Doch, kann ich! So! Dann gucken wir doch mal! Ah! Oh! Die haben das Level übernommen! Die haben das Level übernommen! Die haben das Level übernommen, sind die jetzt dadurch... Sind dadurch die Gegner jetzt auch stärker? Das werde ich alleine herausfinden! Aber... Interessant! Level wurde übernommen! Vielleicht sind die Gegner jetzt wirklich stärker! Das werden wir allerdings... Also ihr werdet das zumindest nicht mehr herausfinden hier! Dann nochmal! Danke fürs Zuschauen! Und wir sehen uns im nächsten Projekt! Bis dann! Bye-bye!